Dort oben brennt noch Licht. Irgendwann hole ich alle Gebete nach, die ich auf dieser Reise versäumt habe. Aber erst rette ich Nuri. Was gehört dort hinein? Der Stab einer Sonnenuhr vielleicht? So wie die Bretter angeschlagen sind, halten sie doch nicht einmal Tauben ab. Andergast Vivat, Andergast Crescat, Andergast Floriat. Phatum est inscriptum. Eos causa dyskymus. Hinter der Tür murmelt irgendjemand irgendetwas, aber ich verstehe kein Wort. Geron! Du lebst noch! Bei Satinavs ungetrübtem Blick. Ich war mir sicher, der Seher hätte dein Schicksal besiegelt. Der Rabe ist der Seher. Er hat Nuri. Aber ich war in ihrer Welt. Langsam, langsam. Eins nach dem anderen. Hier bist du vorerst sicher. Was gibt es Neues? Was willst du wissen? Wie ist es euch ergangen? Der Weg nach Andergast war beschwerlich. Vermalledeite Krähen und sehnlose Feenkreaturen. Aber schau her, ich lebe noch. Was ist mit eurem Bein? Ach, mich hat schon Schlimmeres gebissen. Soll ich dir von dem Feenzahn erzählen, den ich einst fand? Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit, Giacomo. Habt ihr alles Wissen zusammengetragen, nachdem wir suchen? Tja, Magistra Dorotha zufolge besitzt die Harfe große chaotische Macht, unbekannten Ursprungs. Sie scheint unzerstörbar und der Versuch, sie zu spielen, ist für Menschen tödlich. Ich habe das Gefühl, das ist kaum mehr als zum Anfang meiner Reise. Wisst ihr nicht noch mehr? Die Harfe ist nicht nur Quell der Krähenplage. Seit Nuri sie spielt, sendet sie uns einen nicht enden wollenden Krähensturm. Wenn ihr wirklich nicht mehr herausgefunden habt, müssen wir wissen, wo die Harfe ist. Das, ähm, hat die Magistra leider nicht verzeichnet. Es muss weitere Aufzeichnungen geben. Doch die Bibliothek ist groß und ungeordnet. Uns bleibt keine Zeit, Giacomo. Wir müssen jetzt schneller suchen. Erzählt mir von diesen Warträumen, die die Andergaster plagen. Der Wahnsinn grassiert. Düstere Bilder der Zukunft, die nur wenige ertragen. Wie kann man sich davor schützen? Nun, ich habe einfach seit Tagen nicht geschlafen. Das ist aber keine dauerhafte Lösung. Wieso sendet der Seher wahr Träume? Will er alle verrückt machen? Ich befürchte viel Schlimmeres. Er sammelt mit der Macht der Harfe alle Träume, um Satinav zu überlisten. Um aus allen Träumen die Wahrheit über die Zukunft zu erlangen. Er sagte, er will eine Katastrophe verhindern. Und selbst nicht sterben. Er muss seinen eigenen Tod gesehen haben. Er fordert das Schicksal selbst heraus. Indem er die Gesichte von Tausenden zusammenfügt, um zu wissen, was geschehen wird. Das... das ist doch verrückt, oder? Ist so etwas überhaupt möglich? Mich kümmern nicht seine Pläne, sondern seine Taten. Und diese bringen Tod und Verderben. Wegen etwas anderem. Ich muss Nori retten. Solange sie die Harfe spielt, wird der Krähensturm des Seers nicht enden. Und bald ist auch sie hoffnungslos verloren. In Fabulons Namen, ich werde dir helfen mit allem, was ich weiß. Aber du wirst allein gehen müssen. Mein verletztes Bein hält dich nur auf. In Noris Welt habe ich die Harfe der Traumweberin entdeckt. Die Harfe der Traumweberin? Oh, ich darf nicht neidisch werden. Erzähl mir davon. Was bewirkte sie? Sie hilft sich, bösen Träumen zu stellen und diese zu überwinden. Aber der Königin brachte sie auch dunkle Träume. Dunkle Träume von der Zukunft. Bei Satinav, ich ahne Schreckliches. Die Harfe des Seers beschwört die Krähen herauf. Und diese bringen die dunklen Warträume unter uns Menschen. Finstere und gefährliche Feenmacht. Schatten umhüllen mein Lebenswerk. Bin gleich zurück. Nautas Nachforschungen scheinen sich besonders auf den Weinkeller der Akademie konzentriert zu haben. Ich nehme euch das weg. Ihr braucht einen klaren Geist. In Vino Veritas? Ja, sicher. Schreibt es auf und hängt es an die Wand. Erstaunlich. Hinter diesem Zauberglas ist die ganze Welt viel größer. Braucht ihr dieses magische Kuppglas noch? Die Lupe? Im Augenblick nicht. Bring sie aber zurück. Die Handschrift der Magistra Dorota ist winzig. Viel zu viele Bücher. Das kann doch kein Mensch alles lesen. Bis auf das Bein scheint der Forscher wohl auf zu sein. Verrückt war er ja schon vor dem Krähensturm. Quid est veritas. Was ist Wahrheit? Keine Ahnung. Ist mir im Augenblick auch gleich. Sehr nachvollziehbar. Ich sterbe lieber für Nuri. Wie wäre es denn, wir überleben stattdessen alle? Nee, diskere Cessar. Höre nicht auf zu lernen. Tiefsinnig. Die Verzweiflung frisst die ganze Stadt auf. Ich befreie dich davon. Du machst dich im Totenreich noch zum Gespött damit. Was steht hier geschrieben? Rabenspitze. Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Fest verriegelt. Hallo? Niemand macht auf. Den Magiern sind wohl die Bretter zum Fenster zunageln ausgegangen. Ich bin nicht nur vomесken. Ich bin nicht mehr, es hat das zu bedeuten. Tod, hoffe ich jedenfalls. Habe nie verstanden, warum sich Zauberer freiwillig diese unförmigen Trichter auf den Kopf setzen. Eus causa discrimus! Eus causa discrimus! Seine Augen sehen aus, als hätte er sie seit Tagen nicht geschlossen. Was ist mit euch? All die Gesichter, tausende Splitter, Hissinde, bewahre meinen Geist! Eus causa discrimus! Eus causa discrimus! Quot dei Benevertant! Die Götter werden dir nicht mehr helfen! Was? Eus causa discrimus! Hier steht etwas. Über den Käfig des Asmodeus. Was immer hineingetan wird, kann nie mehr herausgenommen werden. Außer vom Meister Asmodeus höchstselbst. Hm. Aber Meister Asmodeus ist schon seit Jahren tot. Eus causa discrimus! Eus causa discrimus! Er hat alles mit diesem Spruch vollgekritzelt. Eus causa discrimus!